Hallo Leute, ich bin Daniel, ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Versetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutsch lernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Oh nein, heute ist der Tag, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe, tatsächlich gekommen. Heute ist der Abschlussball von unserem Jahrgang in der Schule. Heute ist der Abschlussball von unserem Jahrgang in der Schule. Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, die Abschlussrede zu halten. Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, die Abschlussrede zu halten. Eigentlich habe ich extrem große Angst davor, vor Leuten zu sprechen. Aber mein Opa hat mir mal geraten, mich immer meinen Ängsten zu stellen. Ich hoffe, dass ich meine Entscheidung nicht bereuen werde. Na ja, jetzt ist es sowieso schon zu spät. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Ich hoffe, dass ich meine Entscheidung nicht bereuen werde. Na ja, jetzt ist es sowieso schon zu spät. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Immerhin habe ich mir einen schicken neuen Anzug gekauft. Er gibt mir schon etwas mehr Selbstbewusstsein. Oh, wow, es ist schon Viertel nach sieben. Ich muss langsam los, damit ich nicht zu spät zum Abschlussball komme. Oh, wow, es ist schon Viertel nach sieben. Ich muss langsam los, damit ich nicht zu spät zum Abschlussball komme. Hey Timo, du siehst aber toll aus. Schicker Anzug. Hey Timo, du siehst aber toll aus. Schicker Anzug. Danke Selina, dein Kleid sieht aber auch echt toll aus. Danke Selina, dein Kleid sieht aber auch echt toll aus. Bist du schon aufgeregt wegen deiner Rede? Bist du schon aufgeregt wegen deiner Rede? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe vorhin noch einmal mein Hemd gewechselt, weil ich so viel geschwitzt habe. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe vorhin noch einmal mein Hemd gewechselt, weil ich so viel geschwitzt habe. Das schaffst du schon, Timo. Ich glaube an dich. Danke dir, Selina. Das bedeutet mir wirklich viel. Am besten, wir gehen rein, damit wir nichts verpassen. Danke dir, Selina. Das bedeutet mir wirklich viel. Am besten, wir gehen rein, damit wir nichts verpassen. Ja, sehr gute Idee. Lass uns reingehen. Ja, sehr gute Idee. Lass uns reingehen. Liebe Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Timo Grün. Er wird heute die Abschlussrede halten. Liebe Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Timo Grün. Er wird heute die Abschlussrede halten. Wuhu! Du schaffst das, Timo. Wir glauben an dich. Vielen Dank, liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrer, Freunde und Verwandte. Heute haben wir uns hier versammelt, um einen Neubeginn zu feiern. Eine wunderschöne Zeit endet heute. Vielleicht sogar die schönste Zeit in unserem Leben. Unsere Schulzeit. Eine wunderschöne Zeit endet heute. Vielleicht sogar die schönste Zeit in unserem Leben. Unsere Schulzeit. Wenn man mich in zehn Jahren fragt, wie meine Schulzeit war, dann werde ich sagen, es war unglaublich. Es war einfach eine unglaubliche schöne Zeit mit unglaublich tollen Menschen. Heute ist der Tag gekommen, an dem diese Zeit endet und eine neue Zeit beginnt. Heute ist der Tag gekommen, an dem diese Zeit endet und eine neue Zeit beginnt. Aber wo etwas endet, fängt auch immer etwas Neues an. Deshalb sollten wir nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Wir sollten uns auf all die tollen Dinge freuen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Auf all die Reisen, die wir machen werden und alle Orte, die wir besuchen werden. Wir sollten uns auf all die tollen Dinge freuen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Auf all die Reisen, die wir machen werden und alle Orte, die wir besuchen werden. Ab morgen wird sich alles verändern. Wir werden nie wieder in der Früh im Bus sitzen und uns eine Ausrede überlegen, warum wir die Hausaufgaben vergessen haben. Aber wir werden auch nie wieder so eine tolle Zeit mit solchen tollen Menschen verbringen. Für die meisten von uns beginnt ab morgen ein komplett anderes Leben. Ein Leben in einer anderen Stadt, ein Leben an einer Universität, vielleicht sogar ein Leben in einem anderen Land. Für die meisten von uns beginnt ab morgen ein komplett anderes Leben. Ein Leben in einer anderen Stadt, ein Leben an einer Universität, vielleicht sogar ein Leben in einem anderen Land. Aber dass heute alles endet, bedeutet eigentlich nur eins. Aber dass heute alles endet, bedeutet eigentlich nur eins. Wir können an alle Orte gehen, die wir schon immer sehen wollten und alles tun, was wir schon immer tun wollten. Dass uns ab morgen die gesamte Welt offen steht, wir können an alle Orte gehen, die wir schon immer sehen wollten und alles tun, was wir schon immer tun wollten. Um das Beste aus der Zeit, die ab morgen beginnt zu machen, sollten wir jeden Tag etwas tun, an das wir uns noch in vielen Jahren mit einem Lächeln im Gesicht zurückerinnern werden. Also, lasst uns doch gleich heute Abend damit anfangen. Also, lasst uns diese Nacht zu einer derjenigen machen, über die wir auch in vielen Jahren noch sprechen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wow, Timo, das war wirklich eine der besten Reden, die ich je gehört habe. Wow, Timo, das war wirklich eine der besten Reden, die ich je gehört habe. Vielen Dank, Selina. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Es hat sehr lange gedauert, die Rede zu schreiben und sie zu üben. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website, likegermans.com, findet ihr weiteres Material zum Deutsch lernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß.